Die Amish mehr sagt, es ist nichts wie die Amish-Mafia. Die Amish-Mafia hat sich nicht mehr zu retten, wenn es bestimmte Events gibt. Die Amish-Mafia hat sich nicht mehr zu sparen, Levi ist mich auf ein Mission zu verändern, das bei der Börner Fonds zu verändern. Die Börner Fonds sind prepaid, die bei den Amish-Mafia sind. Die Amish-Mafia hat sich nicht mehr an. Ich kann nicht believe in diesem Mann, der hier in broad daylight, zu jemanden, die hierherin. Das ist Levi's Territory, und das hübschst nicht hierher. Wie geht's? Hey, friends tell you about that. Wow, look at all this . Phones, computers, you got it all, don't you? Oh, yeah. Who told you you could be selling this to the Amish kids? You think it's just cool to do that? No one said otherwise? They buy it. You're not allowed to do this. You know that. The Amish community doesn't appreciate it. Lebanon Levi doesn't tolerate it. Guess what? They're not going to buy it anymore. They can buy any of your . You ain't going to do nothing about it. In Montreal.